Es wird immer härter und härter, oder? Es gibt halt Leute, die meinen, du hast ja noch ernst. Oh, auf den TikTok-Schauen, ne? Also, ich bin was Besseres, ganz klar. Ah, Bruder, muss man ganz schnell los. Was ich aber nur geil gefunden hätte, wenn man sowas wie... ...wie so quasi so eine Art kleine Bestätigung kriegen würde, wie... ...heißt, okay, passt, wir haben die Mission komplett erledigt, passt. So, einfach nur so ein kleines Hakerl oder irgendwas. War wenigstens nicht schlecht gewesen. Damit ich weiß, okay, passt, die Mission... ...könnte ich quasi so einmal... Achso, hoppala, du brauchst noch. Ach, du brauchst nichts. Ach, hoppala, ach, hoppala. War natürlich nicht mit Absicht, natürlich. Ich hatte einen Krampf im Kopf gehabt, natürlich. Kennst du nicht? Krampf im Kopf. Ich hab nur... ...an Krampf im Battle, was? Boah, ich hatte letztens Krampf in der Wade. Boah, das gespiele ich noch immer bis heute. Aber ich hab auch vor zwei Tage gehabt. Boah, war... Hab gemeint. Richtig sexy. Es könnten schon zu dem einen oder anderen Tränchen dann vielleicht sogar schon mal kommen. Ich hab sorgt, wann es meine Eltern reingekommen sind. Spaß. Boah. Nein, Spaß. Äh, Fückchen war halt schon dabei. Fix gerät, 100% gerät. Äh, Moment mal. Ich muss wieder in diesen Activision oder Ubisoft Connected Club. Oh, das allererste Mal in einem Club. Na, wie lieb. Ne, ich war schon im Biker-Club in GTA. Wow. Stimmt wirklich. Also... ...kliman. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mit so einem Gefährlichen unterwegs bin, hätte ich mich, glaube ich, doch nicht mehr mit dir eingelassen, gell? Ich war schon CEO. Wahnsinn, eine richtige Bestie. Richtiger Mauerfahrer. Stimmt wirklich. Aber richtig Angst. Ja. So, als ich so... Oh, Alter. Spürst du nicht meine Angst? Spürst du sie nicht? Spürst du sie nicht? Merkst du nicht, wie krass ich bin? Boah, Alter. Musst du mir Bescheid geben, wenn du kannst, gell? Ja. Ich kann aber noch nicht. Oha, Alter. Oha. Ich muss hier raus. Ich finde das aber mit diesem Meilenstein irgendwie noch immer ein bisschen kritisch. Was heißt betäuben? An der Krise. Wie lange würdest du denn jetzt noch streamen? Ähm. Wie viele Runden willst du noch zocken? Mir ist das egal. Ich hätte nur mal noch gesagt gehabt, so zwei, drei gemütliche Runden könnten wir schon noch machen, oder? Joa. Ja, passt. Johnny, ist klar, ne? Spaß. Ja, du kannst starten. Passt. Finger, die ihr schon zittert? Wollt ihr die ganze Zeit drucken? Zitter nicht. Ich habe nur gesagt, stell dir vor. So haben wir morgen. So ein Scheiß brennt, oder? So ein Scheiß drehen. Aber wenn, dann würde ich eigentlich, ehrlich gesagt, sogar bei den Sachen mal bleiben mit Rainbow und Ghost. Ghost? Okay. Beide, ich würde bei beiden mal so bleiben. Elite-Ziel fangen ist wieder so zack für mich. Seit wann spielst du eigentlich, ähm, Parkway 6? Gar nicht zu viel. Ich habe gar nicht, ich habe zwar zum Release, zum Release habe ich gestartet, aber so wichtig jetzt, dass ich jetzt sage, boah, diese Szene ist nicht wirklich viel gezogen. Nicht wirklich viel, muss ich sagen. Okay. Okay. War einer aus meiner Klasse, ne? Weißt du, dass die mal sagt? Okay, let's go. Okay, let's go. Wenn sie das so meinen. Okay, let's go. Aha, der braucht schon zwei Haare, oder? Der hat schon trainiert, der Avara, der hat schon trainiert, der Hund. Ich kann wirklich wie an den Schnee, aber ich weiß, weil er wird drei. Ich weiß, weil er wird drei. Bist du, boah. Sag ich mal, da achkommst, ich nehme sie ja mal, weil das ist einer der einzigen, die es nicht hinig oder nein, die irgendwie Schaden abgekriegt hat und keine Schrottfreunde hat. Macht Sinn. Ähm, damit am Morgen einmal Bosch und einmal Wembo. Ähm, machen wir mal eins von den beiden, weil ich würde halt natürlich gerne endlich mal nach Skellige kommen bei The Witcher. Glaube ich kann man verstehen. Ich habe schon, ich scheiße schon, also nein, nicht herunscheißen, aber ich will endlich mal nach Skellige, Alter. Ich bin mir schon so dermaßen extrem gehypt. Auf Skellige, ich will ja endlich mal nachkommen. Ich will einmal wirklich so viele Missionen gemacht haben, damit ich endlich dort einmal angekommen bin. Ich glaube, du bist mir da nicht immer böse, wenn ich sage immer so nein, nein, nein. Ja, ich bin richtig böse. Also jetzt nicht hier ein bisschen hinhalten oder sonstiges sein. Also ich will es einfach mal so endlich geschafft haben, weißt du was ich meine? Bei mir ist aktuell niemand. Ich möchte, ich möchte mal, ich habe es noch nie gemacht. Oh, Bullock, Schüttelaufdruck. Auf Ballesau. Auf Ballesau angelehnt. Im Optisch, okay? Im Optisch. Du kannst noch loslassen. Na, na, also, na, vier, na, lässt es nicht zu. Ne, ne, sorry, ne. Ich kann nicht, äh, äh, ich will loslassen, es geht nicht. Äh, es hält mich fest. Ich bin so müde zu ziehen. Äh, äh. Ich hält mich fest, mhm. Die Luft hält mich fest. Spürst du es nicht, spürst du es nicht. Hoppala, der Controller ist mir eingegangen. Er hat sich unter Psycho in der Kutze herausgeschaltet, das. Er hat sich jetzt in der Kutze herausgeschaltet. Ich kann nichts machen, er zieht nur rüber. Ich wollte dir eigentlich das Ziel überlassen, aber es geht nicht. Ich hab's jetzt eh schon geschafft gehabt. Schau's drauf. Was? Ich hab's gerade einfach alle zerstört. Nein, nein, ich denk's mir grad so, Alter. Beim letzten, Alter, kannst du mir nicht erzählen, dass der jetzt das noch erzählt hat. Los, Alter, vergieß. Ich hab gerade einfach alle mit der Pistole zerstört. Perfekt, Alter. Also, du wolltest quasi mein Leben quasi drauf riskieren. Du wolltest alle mit der Pistole mehr machen, du Hund. Du wolltest mein Leben, du wirst gehen dafür. Ich bin halt ein Gewinner, ne? Ey, wir reden wie in zehn Jahren drüber. Wir reden wie in zehn Jahren drüber. Wir reden wie in zehn Jahren drüber. Da schaue ich wenigstens schon mal alle wieder zurück. Ist so, Valhalla. Valhalla für immer. Valhalla für immer. Für Odin. Ich freu mich aber schon auf die Serie Valhalla. Die könnte geil werden. Auf die Serie Vikings Valhalla. Freu mich schon sehr. Kann geil sein. Kann wirklich geil sein. Weiß ich nix von. Nix. Aber du hast Vikings gesehen, oder? Ja. Ja, und das ist halt dann quasi die Fortsetzung. Nur hundert Jahre später ungefähr. Ja, ist ja nur ein bisschen, ne? Kleiner Zeitsprung. Oder vielleicht sogar mehr als wie hundert Jahre. Jeder Film be like. Jeder Film be like. Wir machen mal einen kleinen Zeitsprung. Hundert Jahre. Ja, ganz klein. Mini. Ist noch ganz, ganz klein. Das Gebiet. Ich hab das nicht mal gemerkt. Da haben sicher noch ein paar Charaktere von Vikings überlebt. Na klar. Vor allem weil gefühlt nicht jeder tot ist. Na 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 na. Das glaubst du nur. Das glaubst du nur. Das gefühlt alle tot sind. Das glaubst du nicht. Zitter nicht. Wie denkst du? Ich hab gesagt, stell dir vor, die sind tot. Ah ja. Stell dir. Ja, hoppala. Ich hab schon zittert. Oh, sorry. Ich hab zittert. Alter. Na Dodo. Schon wieder zu spät. Na, ich hab mir gedacht, ich hab schon draufdrückt. Ich war schon wieder zu schnell weg. Ich bin sechs Minuten zu spät zum Matheunterricht gekommen, ne? So, Colin. Das wird jetzt aber aufgeschrieben, ne? Das merk ich mir. Bald, wenn das 45 Minuten wird, muss es dann nachts wissen, ne? Erzählt ihr uns eine halbe Geschichte. Wenn sie das so meinen Ich sagte mal einer aus unserer Klasse Aber so richtig asozial Das ist aber richtig anstrengend Weil du machst es dann teilweise sogar schon nach der Zeit unbewusst Ja Was machst du, Murug? Was machst du? Fick deine Mutter, Murug Murug Wie alt bist du? Fick deine Mutter ab Ich denke genau die Worte muss gehen Ich wollte keinen Schaden Der geschießene schießt die ganze Zeit rum Warte, da ist so eine Grieche oder irgendwas Aha, Fasskampf Schon wieder ein Trophäe gekriegt Ich hab schon gleich die Platine, super Murug Juhu Ah, schon wieder sowas geschleicht Aber ich hab da was zum heilen Ich hab jetzt über einen Statsch Wollstwüst Noch langsamer Es darf nicht auf dem Weg zum Evakuierungspunkt sterben Wen Wer 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 hat mich gefragt? Der Havarat Komm her Köstlich Schmöchtlich Ganz toll angelehnt Ganz toll angelehnt Oh Gott, oh Gott Renn 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 einfach Ist egal, renn 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 Ich hab ja doch gesagt Zieh du nicht Und hab gesagt Ich hab' ich bestell dich vor Renn 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 dieser Besoffene da kann ich mal aufschümmen, bitte helfen Sie mir nein ich kenne nur den schwarzen ich hab gar nichts gemacht weißt du eigentlich warum der das gesagt hat? ich hab nur eine Bier getrunken nein der Grund ist weil die Leute verbruchten genau er ist eigentlich der Ruhr-ohrme eigentlich benannt gewesen er ist der Ruhr-ohrme geht und alle nur so höhö ich hab gar nichts gemacht jeder verarscht ihn obwohl er eigentlich war es wirklich arsch-situation gehabt er hat wirklich gar nichts gemacht er ist von irgendwo kommen hat sich vielleicht dacht gehabt erst ich will mein Leben leben dort geht vielleicht täglich arbeiten dies und jenes man kann ja nie wissen wie es mit dem Typen ausschaut und dann hat sich dacht gehabt ja will er mal vielleicht dieses Nachtleben erleben und so und dann passiert so ein Scheiß-Trick und dann nur so ich hab gar nichts gemacht aber das ist halt ehrlich Assi er hat halt ehrlich gar nichts gemacht mehr ehrlich wie so dauert das so lange bis es offen ist oder weiß nicht da was das ist ganz krass interessant lang gedauert das haben wir jetzt Station aktivieren eine massige in der Subzone um die Wellen zu analysieren und zu zerstreuen ich muss zwar ganz kurz die Deutsch machen wir ihm den Weg kurz es kann nur aus Seven Deadly Sins geworden wer hat was entkriegen kennst du überhaupt Seven Deadly Sins? ja ein bisschen hab ich eh geschaut gehabt dass die ein bisschen so 2-3 Folgen mitgeschaut aber nicht dass ich jetzt sag so boah das brauch ich jetzt das ist jetzt leider nicht so ich hab's am Anfang ultra gefeit aber irgendwann kam's halt so rüber dass wir einfach keinen Bock mehr hatten zu beschreiben wir müssen das Gefühl so von vielen Leuten so seitdem's Netflix fix im Programm hat oder aufgekauft hat oder was auch immer oder Operation gehabt hat mit Erna ist es angeblich vielleicht nicht mehr so wie vorher gewesen ist es auch nicht ja ab der dritten Staffel oder so soll's so komisch sein genau bitte nicht rennen bitte helfen sie mir ich bin in Gefahr bitte Perfekt schon wieder blind super was kann ich jetzt mit dem Scheißdack machen ja nur aufspringen ich kann gar nichts machen okay abschließen können ich den Scheißdackern was können wir machen oder brauchen wir mal den ah wir brauchen mal den 1er Laptop und nicht zittern hä wir brauchen erstmal den 1er Laptop ok also soll's auf jeden Fall nicht zittern ach jetzt hab ich ehrlich in Ordnung von zittern mit wird schon traurig ne das tut aber schon den Laptop gefunden nach gell oh 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 ich mach hier grad mal alles frei so dass man ihn mal normal rumlaufen kann gefühlt bin ich der einzige dass Kevin auf dem Laptop sind ja bist du auch grad nicht ich hab auch die 16 HP ich komme ah ich hab ihn ich hab ihn also den Laptop aber ich brauch trotzdem Hilfe ja mhm mhm wurscht ich aktiviere es einfach und wenn ich hinig bin bin ich hinig passt hab's aktiviert scheiße ich hab gar keine Munition mehr ich hab nix mehr in der Pistole ich hab nix mehr in der Hosen ich hab gar nix mehr ja weißt du mal einen Paddle hab ich mehr aber Hauptsache einen Tektorn hab ich gemacht das ist wichtig noch richtig da sind schon wieder die Schießwütenden unterwegs da sind schon wieder die Schießwütenden unterwegs da sind schon wieder die Schießwütenden unterwegs Efe? Efe? Leg an mächtigen strat vor dem ich hab leucht weil wir sind hier Das ist guter. Ihr seid ja ganz so stolz. Wie habt ihr es geschafft? Ja! Klar, oder? Easy. War einmal wieder nicht schlecht. War einmal wieder definitiv nicht schlecht. Wer ist jetzt der Beste? Ich glaube, ich nicht. Und das Gute war wenigstens aber auch, er hat ein bisschen was gemacht. Das muss man schon sagen. Ich habe ein bisschen nichts gemacht. Ja, der Biesel, wenigstens was gemacht, immerhin. Wenn wir erneut spielen? Ja, ich habe eh schon auf erneut drauf drückt. Die Wienzer habe ich ja ein nächstes Level, oder? Super. Obwohl, die lassen wir eben zum Hauptmenü gehen, bitte. Ja, ich glaube, der braucht es sowieso. Ich habe noch ganz kurz. Der wenig, der mag uns nicht. Ah, der bin nicht. Oh, der Biesel. Boah, ich werde jetzt gleich wie ein Baby schlafen. Ja, das werde ich dann auch. Ohne Schnuller aber. Okay. Mit Schnuller, webe. Gestern... Gestern war geil, ey. Ich hatte es um 9 Uhr Schule. Hm, das ist cool. Okay, wieder ein Meilenstein. Sehr schön, sehr schön. Schmackhaft. Ich hätte eigentlich sogar schon wieder alle zurück. Perfekt. Perfekt. Schmackhaft. Schmacki, schmackihafti. Da werden wir auch gleich mal ein bisschen das sehen, wenn sie sich natürlich ein bisschen abgeht. Die zwei Leute bei mir haben... Ach. Die Bana wurde gerettet. Na schau. Aber bei beiden Missionen wurden meine Charakter verletzt. Na schau. Jetzt muss ich mal schauen, so kostümmäßig, was da so ein bisschen in Zukunft abgeht. Ja, ich habe jetzt zwei fertig. Also... Sag's jetzt mal so... So wenn ich mir so das ein oder andere anschaue, wäre mir das Geld eher weniger wert. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich freue mich auf die zukünftigen Waffen. Auf die zukünftigen Waffen freue ich mich extrem. Okay. Alter, habe ich... Ich will doch nur gucken, wie sie aussieht, also nicht lächelt die mich so an. Ich glaube, die will was von dir, Havara. Oh Gott. Ich hätte das schon schöne Augen gemacht. Ich würde aufpassen. Ich würde definitiv aufpassen. Ich würde mir fix diesen Menschenjäger holen. Ich würde mir fix den Menschenjäger holen, ich sag's dir. Bist du auch so ein Menschenjäger? Das ist eine geile Frau, du rennst hinterher. Das Geschissene ist, ich weiß ganz genau, dass ich keinen Zehner aufgeladen habe. Willst du Familienzähner, Kapi? Der gilt nur für Deutschland. Eben. Passt, gib Bescheid für die nächste Runde. Du kannst schon. Aber der Rokoko, ne? Ist einfach 1 zu 1 Fortnite oder PUBG. PUBG Mobile. Für Fortnite. PUBG Mobile. Definitiv für Fortnite. Du kannst ihn nicht spielen. Du kannst ihn nicht spielen. Du kannst ihn nicht spielen. Eigentlichゴman machen sie. Du kannst ihn nicht spielen. Kennst du sie in indischen Videos immer? Ob die und mobile. Nein, ich kenne nur, ähm, wo dann da Inder mit dieser indischen Musik, so, in der Wadda und dann hörst du so diese Musik. Sagt mir jetzt nichts. Ah, jetzt hast du ihn so richtig ruiniert, da tue ich sogar. Du hättest einfach nur sagen müssen, so, ja, natürlich kenne ich ihn. Ja, klar, scheiß es weg. Wenn du das nicht früher gesagt hättest, ach, geh. Schneid es einfach kurz weg, meine, äh, was? Äh, äh, was hat keiner gehört, was? Schneid es weg, schneid es weg, schnell. Hä? Ach so, ich, ich glaube diese Striche sind nicht für die Heilung, sondern das ist einfach das Level Cap, oder was? Welche Striche? Wenn du die Auswahl hast von den Charakter. Nein, das ist das Leben, das ist das Leben, oh ja, das ist das Leben, das muss das Leben sein. Du, du, ist alles gut bei dir? Nee, ich habe nur, ich habe ein bisschen zu kompliziert jetzt. Also, egal was, wie heißt du an... Nein, ich war jetzt komplett woanders. Scheiße. Wie heißt du eigentlich in echt? Tutopleh, 31er. Man kann mich aber auch die 69er nennen. Sag mal ehrlich. Dominik. Dominik. Ja, aber ich hasse meinen Namen. Es hört sich so behinder an. Dominik. Ich hasse meinen Namen richtig sehr. Deshalb am besten immer nur Dodo nennen, weil... Boah, zukeh aus. Okay, Dominik. Boah, der am liebsten will sich so dermaßen ins Gesicht schlafen, Alter. Spass, Dodo. Es war nur Spass. Es war nur Spass, Dominik. Ganz ruhig. Boah. Boah. Nächstes Mal sag ich gar nichts mehr. Nein, ich höre es auf. Ja, hoffe ich für dich. Ehrlich, Dodo. Anderer Stream-Partner, was? Entschuldigung, das hat Cubed im Häusch. Sorry. Okay, Dominik. Wenn du das so meinst. Scheiß Missgeburt, Alter. Krieg ich Tourette-Syndrom wegen dir. Ah, geil. Keine Sorge, Dominik. Ich hör auf. Ich hab das schon gut, was ich jetzt schon finden. Ich geh so ausziehen. Ich geh so ausziehen. Weil urschlimm, urschlimm, aber ich kann gar nicht mehr aufhören, damit... Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Hast du das überhaupt gemerkt? Lass mich noch überlegen. Warte, hast... Hast du gemerkt, wie ich heiße Dominik? Ich verkneife mir jetzt so ein dermaßen heftiges Schimpfwort. Ja, okay. Dass du mich sogar dafür anzeigen könntest, glaube ich. Okay, Dominik. Spaß, nein. Ich hör jetzt ehrlich auf. Scheiß Bastard, Alter. Gar keinen Bock mehr mit dir zu zocken. Passt, letzte Runde. Ciao. Was ist denn? So, Spaß, nein. Ah, du. Was denn? Ist ein Mensch hier schon fertig, oder? Ein Mensch hier schon, oder? Kann ich dich Stomme nennen? Na. Okay. Das war eine klare Antwort. Ja. Na. Ihr passt euch gut an die Umstände an. Nehmt diesen Schwung mit. Scheiß, missgeboten sind ich jetzt schon reingegangen, oder? Ich auf 31er. Nee, ich nenne mich aber ehrlich Stodo. Ist eh besser auch für die... ...nive stream. So. Ich wollte gerade wieder Dominik sagen. Wer ist das? So im Stream, so jeder Todo-Player abonniert so. Wer ist Todo-Player? Hä? Hä? Wer ist das? Irgendwie passt das gar nicht. Geh hin, aber. Du nicht so deppert herunter. Ich hab schon. Ich war der Erste. Ich hab gelogen. Aha. Aha. Tut mir leid Dominik. Es ist jetzt fix die letzte Runde, die ich spürst. Woher hast du denn die Maske? Forscher brauchen mehr AKE und Gewebeproben. Es geht um Zellstrukturen, die ständig routieren. Das Ziel liegt in dieser Subzone. Ich mach jetzt aber ehrlich nicht nur. Wahala. Hallo Jesus. Oh, auf Jesus. Tag down, gell? Tag down. Tag down, Havara. Tag down. Ja. Ich lenk ihn ab für dich. Mhm. Gut abflenkt. Sehr gut abflenkt, gell? Okay. Sehr gut abflenkt. Ich müsste nur gesagt haben, gell? 20 Mal gut abflenkt, gell? Ja. Ja, Dominik. Soll ich es dir noch öfter sagen, dass es gut abklingt, gell? Dass es gut abklingt, gell? Sehr gut abklingt. Was ich jetzt sagen könnte? Dass dieser Name Musik in meinen Ohren ist. Kann ich den Havara befreien? Ja, kann ich eh. Trag das Trupp mit Glied zur Evakuierungskapsel. Ich würde den Havara mal befreien, scheiße auf den Reis. Ja. Ja. Was ein Opfer. So ein wunderschöner Treffer. Bis zu treffer. Zwar ein ganzes Magazin nur für einen richtigen Treffer. Alles klar. Richtig und wichtig hätte ich gesagt. Nein. Nein. Weißt du eigentlich jetzt ehrlich, ich dachte, ich heiße immer nicht mehr. Ich muss jetzt mal den Teammitgliedern helfen. Ich kann jetzt mal gar nicht. Ich bin doch da. Aber der Havara kann sich ja selber nicht mehr helfen. Der weiß sich selber nicht mehr zum helfen. Der zittert. Kommt ja gleich raus. Oder wie ist das? Oder braucht er nur ein bisschen? Das würde mich jetzt aber volle Wäsche interessieren. Äh, der ist komplett raus, glaube ich. Nein, nein, nein. Er ist noch bewusst raus. Er ist noch bewusst raus. Warte, du lenkst ihn jetzt ab. Okay. Ja. One by one. Jetzt willst du langsam Zeit hauen, gell? Komm, 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 noch ein bisschen. Ja. Ja, okay, noch schneller. Ja, komm. Du bist dicker. Du bist aber voll leihand, gell? Sag doch, steh ihn. Wart, wart. Glaubst du uns? Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Du schaffst das ja wieder nicht. Sehr gut gemacht. Du bist so teppert dafür. Ach komm, sei ruhig. Du bist so teppert dafür, oder? Sei Wulstumme nix. Scheiße Schmutzl, oder? Hauptsache, ich habe den Vater gepickt, was? 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 Dieses was? Dieses was? Das war nicht so geil, oder? Mit einer erhöhten Stimme, also was hast du getan? Was? Was schreibt der Juxleuer? Soll ich mal schauen, dass er schaubt. Boah, jetzt immer in den Kommentaren. Hallo Dominik. Na Dominik? Boah, das wäre schon nervig. Boah, da kriegst du auch... Obwohl du Mod bist, kriegst du Bahn, oder? Ich schwör's dir. Ich heiße übrigens Colin. Ah ja, voll! Colin. Magst du deinen Namen? Okay. Colin. Ja, ich mag meinen Namen. Ah, ich finde den auch nicht schlecht. Ich hab zwei Namen, drei Namen. Colin, Kiano, Meilut. Hätte mir eher gedacht, ob du so zwei Mädchennamen hast, aber okay. Ich, ich soll doch eigentlich eher ein Mädchen werden. Wenn ich... Ah! Die ersten Daten... Was? Ich hab nix gesagt, nix, 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 nix. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Liefst nix. Schön mach ich's. Liefst nix. Liefst nix. Liefst nix. Riefst nix. Ich bin gespannt, ob wir die Zielperson finden. Klar, finden wir natürlich. Sicher, wir finden ja alles. Wir schaffen alles. Oh, der Bauermeister. Können wir das schaffen? Ja, das können wir. Ja, okay. Chill halt. Seht's? Ach, ich heil mich eben selber. Oh. Das erklärt's ja eigentlich. Was? Du heißt nicht einfach selber, was? Das ist eine Fähigkeit. Also. Jetzt wird's ein Preis halten. Oha, Alter. Oha, Alter. Richtige 31er. Aber ob's auch mir helfen kann man nicht. Aha, okay. Passt schon. Passt schon. Kann man auch nicht mehr helfen. Was ist denn? Fraggeist 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 Ich glaub sie für ihn lieb, sieh ich bis zum BV-Man ich sah Nein, ja, ok, komm Kann halt auch übertreiben, ne? Jetzt mich verarschen. Anschießenden hab ich. Alter, das ist doch behindert, Alter. Mein Gott. Ella, Ella, Ella. Ja, ähm... Ja, die Geisel hätten wir aber trotzdem noch immer nicht gefunden. Wir haben die schon markiert gehabt. Das sage ich meiner Mama. Okay. Die arbeitet bei Epic Games. Hm, schon möglich. Am besten. Ich warte einfach nur mal ein bisschen ab. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, gell? Oh, das könnte auch schneller dauern. Mit so einem schießenden Wichser. Alter. Egal, war trotzdem gut. Ja, war trotzdem okay. Jupp, Smith. Was? Milf? Ja, Milf. Ich hab seine Milf, was? Was will der Typ, ey? Der ist sonst erst gestorben. Ja. Der ist sonst noch nicht böse, aber wie viele Punkte hat er und wie viele Punkte hat er und wie viele Punkte haben wir. Magst du mal einen ordentlichen Unterschied? Ja, guck, und er nennt uns schlecht, Alter. Wir haben drei... Was für... Er kriegt jetzt ein ganzes Level? Ah, schmutz. Ja, Alter. Sag mal nicht böse, aber von dem Wichser gewählt hat. Ja, sorry. Er ist zurückgekommen. Sorry. Ich hab ihn sogar extra noch gerettet und so behandelt mich, der Typ. Ich hab ihn extra gerettet. Extra gerettet von den Toten und so behandelt er mich. Ja, das sind Opfer. Ich bin gleich wieder in Stufe 2 mit diesen React-Meilensteinen. Junge. Gleich, ne? Bist du eben, oder? Gleich. Da knallt's. Bist du auch eine Stufe weiter gesunken? Ja. Oh, der Urzach. Sag's mal, Mama. Ja, dann bin ich Stufe 18. Ja, das ist... Ja, warte, bei Apple. Jedes Mal, so weit, aber es sind nur ein bisschen steppen, bin ich hier, oder? Sag mal, gleich knallt's, ne? Mira, aber du... Wer hat gefragt? Jetzt hier Mira? Ne, IQ. Jetzt nur so. Ja, Leute, das war's mit dem Stream. Wirst du jetzt noch eine Runde, oder lassen wir's? Ich würde noch nicht spielen. Ja, da machen wir eine finale Runde. Gut Glück. Du meinst ja gerade eben nicht. Na ja, aber so... Natürlich, weil... Ich... Bruder, so... Bruder, so... Bruder, so... Bruder, so... Bruder, so... Beste, beste Runde... Ich schätze, Dominik. Beste Runde, was ich je gehabt hab. Beste. Je gehabt. Walla. Walla, grise. Walla, grise. Walla, grise. Gleich, die beiden. Guck mal, wenn ich endlich nicht hab. Alibi, Alibi nehm ich, okay, passt. Interessanter Name. Alibi, Alibaba. Ich nehm gerne mal die Alibi. Alibaba. Oder warte, ist der mit der Vector wieder da? Ja, ich nehm den mit der Vector, der gefällt mir so gut. Lion, Tiger. Libana, Vigil, Leon. Ich nehm den gern mit der Vector, der Doctor. Was hat das für einen, ne? Die Mog. Das war mein bester Kumpel. Der Mog. Der meint, ja. Heute Goschen, der Mog. Was? Okay, Dominik. Ruhig. Spaß, mein Schütz, auf damit. Ich hoffe, dass du es gespielt. Ähm, hab ich auch. Ne, gar nicht. Oh ja, dann definitiv. Dann hast du es jetzt recht gefühlt, weil du es abstreitest. Ha. Pädo. Egal. 13 plus 13 ist auch 18, was? Das ist 16, hä? Ist egal. Alles, was irgendwie ansatzweise über 18 ist, zählt schon. Das Alter ist nur eine Zahl. Ja, eh. Neun Monate sind auch einfach nur eine Zahl. Das Gefängnis ist nur ein Raum. Frisch geboren ist auch nur eine Zahl. Mit Nabelschnur. Ja, was kann ich dafür, wenn die Nabelschnur noch hängt? Boah, Alter. Steh dir das mal vor. Sie tun nicht. Boah, es gibt sich. Ich würde sogar drauf wetten, irgendeine Missgeburt-Bastarde gibt es 100% auf dieser Welt. Ist einfach widerlich. Das ist. Wer auf sowas halt wirklich steht oder auf Kinder. Ein Kumpel von mir, ne? Da war bei einer Geburtstagsparty von einem Bekannten. Die Mutter kannte die andere Mutter, wegen Kindergarten immer abruhen. Und dann hat sie am Ende herausgestellt, dass es ein Pädowar. Sie hat sie an seine eigene Nichtstilheit dran gemacht. Und sie ist auch schwanger wegen ihm geworden. Was? Mhm. Boah. Der läuft sogar immer noch frei rum. Das war sogar in der Zeitung. Ja, ich weiß jetzt nur, dass der Hardcore-Pedo-Habara, der ist schon aus dem Dienst, der hat ja seine Tochter und so alles geschwängert. Der Flitzl, den kannst du sicher, den hast du sicher schon mal was gehört. Was willst du meinen, ich weiß? Nein, einfach nur Flitzl hat er Kassen. Der ist schon aus dem Knast draußen. Der ist nicht. Okay, das wissen dann vielleicht, wie kriege ich dann in Endeffekt dann wieder nur die Österreicher. Weil das war ja das urbiestes jenes Drama alles. Und ja, es war eher auch ein richtiges, beträchtiges Drama. Also jetzt eine Tochter, glaube ich, hat er seine Enkelinn, hat er eingesperrt. Ich will was. In Zwischenräume, Keller. Und hat die Tochter quasi vergewaltigt und hat immer wirklich hier gezeugt. Sie, gibt's davon nicht sogar einen Film? Nein, das war das andere. Das war die Jungs, die, die was entführt worden ist für 10 Jahre oder mehr. Okay. Ich hab auch mal so einen Film gesehen, da hat der Vater auch die Tochter entführt. Äh, in den Keller getan. In den Heimkeller. Und wenn ich sehr gut gemacht habe, Pornobobob. Man hat ja nichts gesehen. Das ist der Pornobobobob. Leider. Ah, nee. Ach, boah, danke. Ich hab nicht nachladen können die ganze Zeit. Ich hab richtig gesehen, wenn du Angst bekommen hast, Zitter, nee. Ich hab nur gesagt, stelle ich vor. Das ist wieder im Echt auf. Ah, Munition. Ah, Munition, das kann ich mir gleich mal. Kann ja auch noch jemanden Munition holen. Was jemand braucht. Ihr erntet die Belohnung für eure Arbeit. Nicht nachladen. Hey, wir schossen, nicht feiern. Jungen Dame, soll ich vielleicht die Bier zumachen, gell? Kennst du das, wenn du was gegessen hast? Kennst du das, wenn du was gegessen hast? Dann irgendwie Wasser trinkst mit Sprud oder so. Und dann musst du rülpsen, weil der ist nicht laut. Und dann hast du wieder diesen Geschmack im Mund und dann ekel dich das. Ja, ich kenn sie. Am schlimmsten ist das so was wie zwiebelartiges, das du gestern hast. Ja. Knoblauch. Ich hab das jetzt bei Lasagne gehabt. Ja, perfekt. Ist jetzt ultra geil geschmeckt, aber hart. Hab ich auch. Sehr gut. Ich spür's immer noch. Sehr gut. Ist richtig, wenn du so dieses Ding so quasi die Horde spürst, die schon runterhängt, gell? Mhm. Genau. Perfekt. Schmeckt am besten. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Hab ich halt ehrlich. Mann, auf den Weg fahr ich nicht dran. Ich hab eigentlich jetzt den Namen von mir vergessen. Ja, interessiert mich da nicht. Du weißt das halt nicht mehr. Schreibst du das nächste Mal auf? Lade nach. Okay Dominik. Spaß. Das passt doch. Ich spür's dir eh. Dann fick ich da nicht. Okay, okay. Man kann das übertreiben. Ja, genau, Alter. Der was die ganze Zeit übertreibt. Das meint schön, Dominik. Spaß. Okay. Ich spür's dir. 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 Du mein. Es gibt sogar schon Werbeplakate oder äh, abonniert's Todo Player Dominik. Ich schreib das in meiner Bio rein. So als Bewerbung oder was? Hm? Abonniert Dominik, Todo Player. Wenn's irgendwann Bewerbung schreibst oder sonst was. Das ist mir ganz wichtig. Das ist mein Extra. Extra. Abonnieren's beide auf mit den Witzen. Jetzt wär's Assi wieder Dominik zu sagen. Aber so betont halt. Aha. Nehmt ein Aufklärungshilfmittel. Nehmt ein Aufklärungshilfmittel. Nehmt ein Aufklärungshilfmittel. Nehmt ein Anomale Nester und sammelt dann eine Probe des bösartigen Neoplasmas direkt aus der Quelle. Es ist ein Unterschied, Dominik zu sagen und Dominik, oder? Mhm. Willst du wissen, wie mich manche nennen? Wie? Köln. 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 Wurde sogar schon mit UE geschrieben. Das Schlimmste ist, wenn du sogar noch deine eigene Lehrerin das immer falsch sagt. Und du sie immer extra ausbesserst. Ich lade jetzt nach. Es war einfach meine Direktorin. Ja, noch besser. Ich weiß, wie es heute ist, ob es eine Frau oder ein Mann war. Ah, sie wird definitiv Manta. Sie war beides und hat sich einfach nicht richtig entscheiden können. Das war halt ehrlich. Ich lade auch. Man konnte es nicht erkennen. Boah, diese Fischbomben, ne? Die facken ab. Der Mist weißt nur, wo die Gegner kommen. Der hat mir gerade richtig geholfen. Alter, der ein oder andere schießende, Alter. Der schießt von 120 Kilometer, Alter. Wie viel? Nein, jetzt bin ich. Kommen wir, kommen wir. Verpasst, danke. Nein, Alter, der hat mich jetzt scheiße tropfen. Du sollst mich heilen und nicht auf mich schießen, gell? Ich dachte, der wäre noch der Gegner. Ah ja, natürlich. Ja. Ja. Walla. Walla, okay, okay. Wo ist denn jetzt das Ding? Wir müssen einfach nur ein paar Nester noch erledigen. Ja, genau. Aber wo? Halt mal rein. Oh, jetzt haben wir die letzten drei. Oh, jetzt haben wir die letzten drei. Oh, jetzt haben wir die letzten drei. Oh, wow, Alter. Ich f*** seine Mutter, Alter. Wo ist der Scheißdreck? Ich f*** ich sogar ganz Donkey, hier. Uh, jetzt habe ich mir fast gedacht, dass ganze Kipp kommt auf mich auf. Aber endlich hört man mich mal in den Streams. Ah, jetzt haben wir es. Na schau. Und du wartest die ganze Zeit nur auf dem Laptopolder, damit du die Lorbeeren kassierst. Das ist super, danke. Ja, passt schon. Guck, schleicht dich aus. Gar nicht, gar nicht. Stimmt nicht. Nein, überhaupt nicht, gell. Ist ne Lüge. Ich würd's als, wenn ich dir deinen Namen so betonen würde. Noch als wäre es, wenn ich dir jetzt einen in die Pappen hauen würde. Für die Betonung. Nur geistlich, nur damit du es irgendwie so geistlich hast. Weißt du, was ich mir grad denke? Hä? Ich weißt du willst mich auf die Fresse hauen. Nein. Aber du kannst es nicht. Ja, kennst du das Video? Mit der scheiß Zahnschwage und mir so grinst und alles drum und dran. So genial. Aber du kannst es nicht. Ich weißt du willst mich auf die freche Haut. Aber du kannst es nicht, du Opfer. Es provoziert so dermaßen auf gewisse Art und Weise. Das ist nicht normal. Das denk ich mir grad einfach. Bleib mal stehen. Hm, wie nicht. Wollt sie mich jetzt alle heilen oder wie ist das jetzt? Zähl ich jetzt als das Opfer oder wie? Du hast so glatt und so picky an die gehabt. Ah, so wie die, wo du jedes Mal bei deinem Arsch haust oder wie jetzt? Nein, hab ich nicht. Ich hab noch gar keine Picky zum Glück. Du hast definitiv verglückt. Ich brauch keine Achselhaare. Ähm, Bro? Ich glaub du musst. Ein Kumpel von mir, ne? Ja. Whistly. Whistly. Willst du noch mehr erzählen? Ah, jetzt müssen wir auch noch jemanden retten. Das wird das bei jeder Sache. Das wird nichts. Willst du noch mehr erzählen über meinen Intimbereich? Sicher. Gar kein Problem. Wie vielleicht ich echte. Die Größe. Soll ich eben noch messen. Ob du noch Jungfrau bist oder ob du keine Jungfrau mehr bist. Bist du in den Arsch gefickt worden? Bist du nicht in den Arsch gefickt worden? Was? Hehehe. Hey, das ist sie direkt. Ja, das ist aber so richtig schön fallenmäßig direkt. Gar nicht weg. Ja, ich hab ja gesagt, fallenmäßig direkt. Das ist ein Gefühl. Jetzt bin ich mal dran. Das ist gerade dran zu ziehen. Bergzeitig, oder? Wenn du es überlebst. Bin ich mal helfen? Hallo? P-Wird? P-Wird? Oh, ja. Oh, ja. Ja, das ist aber geil. Oh, ja. Da oben ist auch ein Ding. Links sind zwei, rechts ist einer. Also von mir aus. Da guck, die können bald zerstört werden, hinter euch, genau. Ich sag dir, sehen wir auch, nicht für mich. Komm, 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 das dritte da oben noch. Ich bin so brav, die kommen jetzt nicht. Warte, lass doch extra kommen. Lass doch extra kommen, okay? Ja, perfekt, Sabine. Auf urnett, auf urnett. Lass den extra kommen, ist eh nett, oder? Ist eh live. Ja, du schnapp nicht hin. Alter, jetzt schubst du so nicht verdäppert herumschießen, Alter. Sonst weiß jeder, Alter, das man jetzt tun muss. Dann mach ich das nochmal. Okay, gefällt mir. Gefällt mir, ist ja gar nicht. Passt, dringendem abgestocken, aber dafür liege ich. Fliez, fliez einfach. Solange wir es schaffen, fliez. Hast du mich jetzt auch noch einbracht, oder wie jetzt? Ja. Aber entspannt. Und jetzt tue es aber aktivieren, damit wir eigentlich fliehen können. Ja. Ist halt schwierig, wenn da nichts drücken, da einfach sitzt, ne? Also eh, passt. Ich nutz mal wieder Beliebungsquote. Definitiv chillig. Ich hab Lust, ich hab Lust grad mal ein teammate zu schlagen. Ist das normal? Ja. Aber sie ist so ganz dezent nur. Egal. Kann doch... Was macht er, ey? Sitzt er? Ja, hallo. Er guckt Blumen an. Er schreit sich die Farbe wieder auf. Vielleicht bin ich wenigstens schon mal gestiegen, immerhin. Erkennungsradio so 25 Meter erhöht. Okay, okay. So ein Hoden Kobold. Dafür bin ich wenigstens wieder Stufe 3. Na Gott sei Dank. Hi. Hehehe. 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 Passt, dementsprechend hätte ich dann gesagt gehabt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.